Musik Herzlich willkommen im Brennstadel der Familie Webhofer in Geinberg, etwa zwei Kilometer nördlich von Lienz. Also wir am Mesnerhof haben bis zum Jahr 2000 Viehwirtschaft gehabt. Wir haben dann umgestellt auf Obstbau. Wir haben jetzt drei Hektar hauptsächlich Äpfel und Birne mit circa 12.000 Bäumen. Und das ist natürlich ein idealer Hintergrund für unsere Edelbrände, Schnäpse und natürlich den Ost-Tiroler Prägler. Bei uns am Hof wird schon seit Generationen Schnaps gebrennt. Also meine Großmutter war schon bekannt wie ein guter Schnaps. Und wie wir dann mit dem Obstbau angefangen haben, hat es mich natürlich sehr interessiert und haben dann eben in diese moderne Anlage investiert und machen eben seit vielen Jahren diesen Edelbrand. Das Schnapsbrennen ist eigentlich ein gutes Handwerk. Also man muss schon sehr genau arbeiten, sehr sauber arbeiten und dann funktioniert das auch. Wir am Hof haben hier 15 Schnäpse, 7, 8 Liköre und unser Hauptprodukt ist natürlich der Ost-Tiroler Prägler, der aus unseren eigenen Äpfeln und auch aus den eigenen Williams-Birnen bestehend. Ich mache den Prägler gern ein bisschen Birnenbetont, damit er mild und sehr bekömmlich und auch sehr geschmackhaft ist. Ja, der Friedl hat dann jetzt unseren Hof vorgestellt, in Obstgarten, die Pfeinerei, in kleinen Hofladen und jetzt sitzen wir in unserem Brennstudel. Und wir würden uns freuen, wenn ihr einfach bei uns vorbeischaut. Prost! 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 Prost!